Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem schon etwas längeren, eingekündigten Projekt, sorry, deutsche Sprache, schwere Sprache, mal Deutschkotz gerade, egal, ich habe gerade gegessen und ja, gut. Ja, herzlich willkommen zu GTA oder Grand Theft Auto Episodes von Liberty City. Wir haben zwei Spiele zur Auswahl, auf einer zu nehmen, das ist ja dieses Add-on. Ich glaube, für GTA 4, glaube ich, auf der Playstation 3, ich bin mir gerade aber nicht so sicher. Also, ob es der vierte Teil ist, tatsächlich. Wie dem auch sei, wir haben die Auswahl zwischen The Lost and Damned oder The Ballad of Gay Tony. Ich habe ja schon gesagt gehabt, dass ich auf jeden Fall einen Teil zuerst spielen werde und das wird The Lost and Damned sein. Und ich hoffe, ihr begleitet mich bei dieser Reise, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, wenn ich ehrlich bin. Das wird also ein Blind-Let's-Play werden. Ich hatte mal ein bisschen am Anfang reingeguckt, also die ersten zwei, drei Missionen, also das ist mehr aber auch nicht. Es geht wohl darum, dass wir den neuen Anführer, alten Anführer von den Lost, wer meinen GTA 5 Let's Play guckt, müsste eigentlich die Jungs kennen. Und es geht darum, dass wir diesmal für sie spielen und nicht immer nur gegen sie. Was mir natürlich gefällt, weil ich bin eigentlich auch eher so ein Fan von... Manchmal von der bösen Seite. Und ich wäre tatsächlich mal gespannt, oder wäre mal spannend zu sehen, wie manche Filme ausgehen, wenn man mal die böse Seite spielt. Oder manche Serien zum Beispiel. Sei es zum Beispiel, wenn Team Rocket und Pokémon gewinnt, oder... Ähm... Ja. Äh... Ja, und so Sachen halt, ne, wie gesagt. Wenn man halt die böse Seite... Oder zum Beispiel in den Star Wars-Filmen, halt das Imperium triumphieren würde über die Rebellen. Über die Rebellen. Naja. Na, ihr wisst schon, wie ich das meine. Und deswegen würde ich sagen... Geh mal rein und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem neuen Projekt. Neuen alten Projekt. Ich spiele übrigens auf der Plastik 3. Mein Name ist HylpKf und ich wünsche euch viel Spaß. The Lost Empt. Daten werden auf das Festplattenlaufwerk installiert. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht angespielt. Es ist, wie gesagt, für mich komplett neu. Deswegen kann es jetzt ein bisschen dauern. Weil das ist eigentlich jetzt auch nicht die geplante Variante gewesen, wie gesagt. Sorry. Es dauert jetzt einen kleinen Moment. Deswegen kann ich in dem Moment auch noch ein bisschen quatschen. Ja, wie gesagt, GTA 5 habe ich halt jetzt played. Mit meinen Jungs, mit meiner Co. auf der Playstation 4. Jetzt gehen wir nämlich eine Konsole zurück auf die Playstation 3. Und es laufen ja tatsächlich aber noch einige Projekte bei mir. Nein, natürlich, die Need for Speed Teile, die werden auch noch zu Ende gemacht. Bitte, bitte seht es mir nach, dass ich auch ab und an mal sage, ich habe keinen Bock gerade auf eine längere Zeit, ich mache lieber irgendwas anderes. Das liegt einfach daran, dass ich nebenbei noch berufstätig bin. Dass ich also, wie gesagt, noch einen Job dabei habe. Ich habe noch nicht so mega viele Abonnenten, wo ich sagen würde, ich kann jetzt auch in YouTube alleine leben. Natürlich war das irgendwann mal ein Traum, um Gottes willen. Das muss aber nicht sein. Es geht in erster Linie um den Spaß. Und wenn ich sage, ich habe gerade keinen Bock und habe keinen Spaß damit mit dem Spiel, dann spiele ich es auch nicht. Dann ist das einfach so. Weil dann kommt das auch für euch scheiße rüber, wenn ich in den Spiel, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock zu spielen. Ich muss aber jetzt unbedingt. Und ja. Wie ihr seid, deswegen seht es mir bitte nachher, dass einige Projekte auch teilweise mal länger pausieren werden. Wie das zum Beispiel auch bei Need for Speed Must Wanted der Fall war. Das war ja auch ewig mal pausiert. Ich habe es ja dann am Ende letztendlich letztendlich. Es werden natürlich auch mit dem Need for Speed Underground weitergehen. Es wird vielleicht auch mit Need for Speed Carbon weitergehen. Momentan habe ich da wie gesagt kein Interesse dran. Underground muss ich halt wieder, werde ich noch zu Ende machen. Dann kommt ja immer noch der zweite Teil. Bei Carbon weiß ich noch nicht, ob ich das Ende tatsächlich spiele. Muss ich abwarten. Ich habe hier noch Asset of Corsair rumfliegen, wo ich eigentlich irgendwie mal auch Bock drauf habe. Gute ist zum Beispiel, dass ich die Woche jetzt vor euch aufnehme. Wenn ich jetzt vor euch aufnehme, Urlaub habe. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit für euch. Viel vorzubereiten, viel zu let's playen. Ihr könnt mir natürlich auch weiterhin in die Kommentare oder sonst irgendwo, oder Facebook oder Twitter schreiben. Welche Projekte ihr am meisten Bock drauf habt. Und vielleicht wird das ein oder andere natürlich kommen. Vielleicht auch was, wenn ihr sagt, ey, spiel doch mal. Was haben wir denn? Na. Und wieder zum Beispiel damals bei einem Kollegen, weil der mir geschaut hat, ey, mach doch unbedingt mal Call of Duty Black Ops. Mach doch unbedingt mal. Ja, ich habe es dann am Ende auch gemacht. Ich habe es zwar nicht ganz zu Ende gespielt, ich habe es dann mit meiner besten Freundin, mit einer sehr guten Freundin zu Ende gespielt, für mich privat. Weil sie das Spiel kannte und so ein bisschen mehr drauf wusste, was auch drauf vorkommt. Aber was ich natürlich auf jeden Fall noch machen werde, wo ich mich auch drauf freue, das wird dann auch demnächst passieren. Battlefield 1. Kommt jetzt auch morgen, glaube ich. Also heute ist der 17.10. Für die Leute, die es interessiert, deswegen, ich arbeite schon ein bisschen halt im Voraus. Ich glaube, am Morgen, am 18. glaube ich, kommt es raus, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Am 18. oder am 21. oder am 21. irgendwie so. Das darf jetzt auf jeden Fall kommen. Es werden auch zwei Tage, zwei Folgen pro Woche kommen. Also, deswegen, es liegt einfach, wie gesagt, daran, dass einige andere Projekte laufen. Der Zeitmangel liegt natürlich klar. Also meistens, wie gesagt, ich habe einen Job nebenbei. Ich kann nicht 24 Stunden für euch aufnehmen. Das würdet ihr auch merken, ich muss ja auch irgendwann mal schlafen. Und hast du nicht gesehen, ich habe ja wieder Nachtschichtler und komme halt meistens nur so ab 16, 17, 18 Uhr zum Aufnehmen. Und wenn ich dann noch halt die APT-Projekte habe, ich habe ja noch zwei APT-Projekte, die nebenbei laufen. Nämlich Star Wars Battlefront und Rainbow Six, Siege. Beides für die PS4, mit der Kata und mit dem... Ich hoffe, dass der demnächst wieder dabei ist, mit dem Dhani. Also mit dem Korax. Aber jetzt auch, er hat auch einige sehr interessante Projekte. Konnt ihr gerne mal auf seiner Seite gucken. Die Seiten der anderen Jungs und unseres einzigen Mädels im Team sind wie immer unter dem Video verlinkt. So. Wow, ich bin relativ viel jetzt gerade schon am Quatschen, wenn ich ehrlich bin. Okay, das zumindest mal zur Ankündigung. Wie gesagt, sieht es mir ein bisschen gerade nach. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich wirklich auf dieses Projekt. So ähnlich, wie ich das Uncharted Let's Play, was kurz vorher jetzt ausgelaufen ist. Wie gesagt, für euch geht diese Folge, also wenn jetzt die Folge hochgeht, das geht es am 25. hoch. Ähm, 25. Oktober. Da sagte ich, boah, ja, es hätte das Uncharted Let's Play gelaufen. Das habe ich auch sehr extrem gefeiert. Das Spiel, das ist richtig geil, definitiv. Also guckt euch jedenfalls rein. Also, top. Da sind einige Momente dabei, wo ich sage, Scheiße, ich bin schon wieder gestorben und hast du nicht gesehen. Und das immer, immer und wieder. Aber irgendwann hat man sich dann durchgebissen und, ähm, ja, irgendwann hat man sich halt durchgebissen und dann gesagt, komm, wir machen weiter, der macht immer weiter. Und dann zumal ich war dann nur eine Woche krankgeschrieben, äh, wie in meinem Knie. Und in der Zeit habe ich dann wirklich das Spiel durchgezogen. Da habe ich noch teilweise wirklich drei, vier Stunden am Tag durchgezogen. Und das, da ist ja nun mal noch die Zeit dazu gewesen. Aber wie gesagt, wenn ich normal meinen Job habe, nebenbei, ich habe halt wirklich nur die Wochenende, ich arbeite bis Samstags morgens, penne dann halt quasi durch, ähm, hab dann den Sonntag und fange am Montag früh, meistens, wo ich sage, ich kann aufnehmen, sind die einzigen Tage. Wenn ich da, dann, dann ist es nicht mehr so die Zeit für so mega viele Projekte gleich. Wir sind halt alle noch berufstätig. Ihr könnt das natürlich gerne erinnern, wenn ihr sagt, ey, komm, erzählt euren Freunden, ähm, ja, guckt mal rein, der macht coole Sachen, abonniert ihn mal und so weiter. Wenn dann die Abo-Zahlen irgendwann steigen und steigen und steigen, wenn dann irgendwann mal 100, 200, 300 Tausend Abonnenten und mehr ist, dann kann man irgendwann mal sagen, ähm, man, äh, kann davon leben. Man verdient Geld, man kann davon leben. Wie gesagt, natürlich verdienen wir Geld, ich verrate es natürlich nicht, wie viel, aber es sind relativ geringe Beträge. Ähm, ja, wie gesagt, im Moment war ich das relativ, doch für relativ wenig, oder niedriges Publikum, aber, naja. Mit der Zeit, und jetzt ist eigentlich fertig mit dem Laden und es geht los. Also, was heißt, es geht los, doch dauert es ein bisschen. Wir haben ein, die Ausfall der schönsten Ladebildschirme hier bei GTA Liberty City Stories. Naja, gut, ich lasse mal eben zu meiner Person, das war eben dazu, wollte ich gerade sagen, weil deswegen wird die Folge auch ein dick in Länge, wir wollen ja ein bisschen spielen, ich werde so ungefähr um die 20 bis 30 Minuten schneiden, ich weiß noch nicht, wie wir eigentlich in Missionen gehen, wenn wir natürlich Missionen haben, wo wir jetzt zehnmal hintereinander fehlen, was durchaus passieren kann, dann seht ihr es mir nach, dann ist das einfach so und dann muss ich einfach mal gucken, wie es dann läuft und es wird tatsächlich auch das erste Setz-Bail sein, wo ich tatsächlich anfange, mit Summendates zu arbeiten und bei fast 1000 Videos, die ich mittlerweile hochgeladen habe, hey, probiere. Ja, gut. Gut. Wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, wenn ihr sagt, ihr habt Bock drauf auf ein bestimmtes Letzplay. Gut. Wir haben eine Erinnerung. Neues Spiel wird gestartet. Clean and serene. Langsam in dieses Spiel reinzugehen. Yep. Watch out. Watch out. I got a man in a chair. Alright, everybody, come on. We're breaking up. Let's go. Ja, fuck. Ja, fuck. Grab all the gear. Oh, to the last. Damn. I think I've got a better time. That's not my game. Grab me. Johnny Prince, my president. Jimmy Fitzgerald, treasurer. Oh, I don't know if I can check it out. Get the fuck out of here. Get the noise. I'm gonna kick your ass! Then try that out. Right. I'm holding back home without a helmet. Brian Jeremy. Club secretary. Terry Thorpe. Sergeant, you must have read what he came after. Clay Stim. The Enforcer. Clay Simmons, road captain. Set, man. Someone left over. Is that a rare one? You should be killing me. No wonder, man. You get the šest, man? Oh, ja, Herr. Das bedeutet, dass wenn es weitergeht, dann wird er auf den gleichen Weg, dann wird er in einem Monat eingeladen in einem Monat eingeladen. Ja, Herr. Wenn ich es in meinem Weg wäre, wir würden uns nicht mehr Zeit verlieren. Herr Grey hat großartige Prozesse gemacht. Sein Teil des Willen ist eine der größten Dinge, die ich schon gehört habe. Ich glaube in diesen Mann. Ich hoffe, dass du nicht in der Vergangenheit diese Hoffnung wirst. Gott arbeitet in mysteriöse Weise. In diesem Fall, es scheint, Gott ist sehr verabschied. Aber ich werde das Heilige zu dir, gentlemen. Du bist aus dem Problem. Ja, Papa. Entschuldigung? Ja, Herr. Remember, es ist eine Krankheit. Ich weiß, Chad, ich weiß. Es ist eine Krankheit. Ich habe die Krankheit. Ich habe die Krankheit. Ich habe dich, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich habe die Krankheit. Ich habe die Krankheit. In der Fall, ich habe die Krankheit. Du bist sehr verabschied. Ich war sehr verabschied, Chad. Ich habe mich verändert. Und du weißt, Chad? Du hast mich verändert. Herr, wir müssen wir weg von hier raus? Hey, bleiben Sie in Kontakt. Yo. Hier geht's. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Ach, die schönsten Ladewildscherp. Ich liebe sowas. Pfff. Lade. Back to the source, boys. That bar had better be stuck. So. Jetzt geht's zum ersten Mal los hier. Auf der Plätsicht 3. Mit. Ja, die nur zu nehmen. Hat sich gekommen. So, was mich was gerade. Ich weiß. Du so bist verdammt. Du bist gar nicht so schlimm, wie du siehst. Du wirst wieder weg. Und du sagst, wie ich noch mehr zurückstehers. Stens in der Lull oder Gruppenscherp? Was der f*** ist in dem Punkt? Okay. Jn. Ich glaube, es ist die Sonnmutterstelle in den Schäden. Oder Dronemänen, die kreien, zu schrauben und bekämpfen. Es hat definitiv eine ununabhängige Beziehung in meiner 될 eigenen Fall. Beide ich nicht mehr recursos, es hätte gebraucht. Aber ich bin ganz wunderschön, wir machen das alles nicht. Ich war wöngerisch für dich. Hier ist wahrscheinlich die Hauptgabung. Ja, ich kann mich verfahren. Ja, ich hab dich verfahren. So, eigentlich muss ich jetzt auch mal die Musik ausmachen. Ja, ich bin... Ich muss hier irgendwie mal ausmachen, weil ich... Ansonsten muss ich es jetzt anders machen. Äh, ja. Wie gesagt, es liegt einfach an der GEMA. Sorry dafür. Ähm... Es geht leider nicht anders. So. Puta madre! Guck mal, die Fabi alle hinterher. So, fahren wir noch eine kleine Ehrenrunde. Na ja. Bitte muss ich. Okay. Die Folge wird natürlich was länger, weil wir den tollen Nadebücher noch hatten. Ja. 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 Ja, und deine Scheiße bedeutet viel, Mann. Komm schon. Johnny! Ja? Warte, komm hier. Hör, Mann. Ich habe ein bisschen geöffnet. Du hast das Scheiße gesehen, was ich musste durch, richtig? Es war wirklich frustrierend. Scheiße. Scheiße, richtig? Okay, also ich bin ein bisschen geöffnet, und ich bin ein bisschen ein Prick. Aber komm schon, Mann. Du und Angus haben diese Fahrzeuge gebaut für mich? Das muss ein Stand für etwas. Ja, du bist richtig, Bruder. Ich werde es gehen. Und du weißt, was? Peace und Prosperität sind verabschied. Peace und Prosperität sind verabschied, mein Bruder. Du bist mein Bruder, Johnny. Sempre. Los geht's! So? Hör auf! Ich dachte, du könntest die steigende Hand von deinem Präsidenten auf diesem nobelen Westen benutzen. Los geht's! Until we get my bike, I'm the monkey on your back. Ich glaube, ich habe zwei gerade im Sinn dafür. Sorry, Leute. Ich sollte zur Werkstatt fahren. Oh. Vielleicht, ich bin... Ich habe zwei, ich bin... Ich hab seit meinen Reinhard, um am Monty. Ich bin, ich bin. Ich bin mit ihm. Ich habe diesen Barstatt. Ich bin, ich bin. Ich bin. Meinplan. Ich bin. Ich bin. Wah! Da bin. Ihr könnt die Emotionen abschaffen. Du weißt, Johnny, du kannst mit den Truss-Exercise machen, die sie da haben. Ich werde dich schmerzen, wenn wir zurückkommen. Alles, was du tun musst, ist, zu fallen über. Ehh, das sind die Überflüsse. Ja, du meinst aber so fach andere bei uns. Uiui, wir haben uns nur im Arsch weg. Aber jetzt sind unsere Jungs gleich dabei. Aber ich glaube, wir haben kein Modus. Sondern einfach nur Gefahren. Ähm, an die Sion, das muss ich gelangen können. Wir können es alle. Ich werde es, wie es geht, wie es geht. Gleich wie die drei Leute vor mir hatten. Gleich wie ich jetzt mache. Echt? Der Hill ist ein bisschen anders. 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 Also, der Hill ist ein bisschen anders. Ich habe ja schon mal mit einem. Ich bin schon mal mit einem. Ich könnte ein bisschen, die drei E. Danke, poor Jared. Jetzt wird die Gräber noch nicht die Abschmessheit sein. Das ist einfach mal so. Das Spiel ist halt. Wenn wir das machen für einen Moment haben, dann schauen wir uns an, dass wir viel Spaß haben. Ja? Ich bin ein Bruder für Leben, wenn du ein Gründer bist. Wenn du in den Lort für die guten Zeitungen bist, dann bist du in den Lort. Dann bist du in den Lort. Verstehst du mich? Schau mal, Mann. Ich hoffe, wenn wir eine Pause nehmen, zu schlafen, dann ist es noch eine Option auf dem Tisch. Und zwar war es schon eine coole Gegend. Ich weiß gerade auch nicht, dass wir auswärts in der Stadt hier sind. Also Liberty City klar, aber einfach nicht, wenn es auswärts ist. Auswärts nicht ist, das muss ich nochmal nachgefunden. Ich habe GTA 4 ewig nicht gespielt. Ich gehe schon ein paar jährige mehr. Ich bin seit... ...drei Jahre? Drei Jahre, drei Jahre. Auf der... Alter. Auf der PS4 unterwegs. Und... Ja. Und da ja so meine... Crew, mit denen ich dann halt auch zusammen mache, mit denen meine ganzen ganzen Projekte machen. Also seit der Korak, seit der Levien jetzt, die erstmal mit dabei ist. Das heißt, die Kata, die zum Beispiel sehr oft mit dabei ist. Und... Ja. Fing. So. Äh... Hier ist es. Ja. Herzlich willkommen in der Werkstatt. Pretty Boy! Hey! Where's the bike? Oh, it's good to see you too, tough guys. Ähm... What bike are you talking about exactly? You know what we're talking about? Billy's bike! Billy's bike? Haha, Jesus man. It's been a long time. I thought he was dead. To... What's he wanted for? To sell for crack, right? Hey? Shut up. Listen. You know how it is. Things passed hands. Parts been changed up. Hard to say if that chopper's even around anymore. Sorry, boys. You will be, my friend. You will be. Hey! Good to see you, Bill. Man, I... I thought you was dead. Jim, start up the bike. Whoa! Hold on! Wait! Please! Please! No! 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 Where is my bike? Speak, you ugly fuck! Okay, listen. The angels of death took it to that place in Northward. Motherfucking angels of death! That's all I know. Thank you! Yes. Thank you! Alright then! Let's wrap this up!